Dispo Blitztalk. Gespräche mit Menschen aus der Logistik von und mit Michaela Hohly-Zwicklstorfer. Hallo Aristo, willkommen zum Dispo Blitztalk. Hallo, grüß Gott. Wer Sie nicht kennt, Sie sind Geschäftsbereichsleiter Logistik und Supply Chain Management bei Fraunhofer Austria und suchen in diesem Jahr auch wieder das beste Logistikzentrum Österreichs. Das ist richtig. Möchten Sie was ergänzen? Ja, passt. Perfekt. Dann gehen wir doch gleich zu den Fragen über. Gerne. Welches Wort fällt Ihnen denn zum Begriff Logistikzentrum ein? Logistikzentrum ist wie ein Orchester. Ein gutes Logistikzentrum funktioniert wie ein Orchester. Es ist klar, wer welches Instrument spielt, wann sein Einsatz ist und was gespielt wird. Und zum Schluss gibt es eine schöne Symphonie. Kann man eigentlich über einen Kamm scheren, was ein gutes Logistikzentrum ausmacht? Was sicherlich dazugehört, ist ein Einklang herzustellen zwischen der Auftragsstruktur, der man unterliegt als Logistikzentrum, zwischen den Ressourcen und der Technik, die im Einsatz ist, zwischen dem Layout, dem man unterliegt und zwischen der Planung und Steuerung, die dahinter steckt. Und das Ganze sozusagen in Einklang zu bringen, das ist die Aufgabe oder das, was ein gutes Logistikzentrum auszeichnet. Stichwort Orchester. Stichwort Orchester, genau. Was haben denn Unternehmen eigentlich davon, ihr Logistikzentrum im Rahmen des LOTS Award bewerten zu lassen, außer sich etwaige Ohrfeigen abzuholen? Also eine Ohrfeige gibt es bei uns sicherlich nicht. Es ist ja kein Audit, was wir da veranstalten, sondern es ist quasi eine Plattform für einen Wissensaustausch und dass man voneinander lernt. Und das ist auch quasi schon der erste Punkt, also Best Practices austauschen zwischen den Unternehmen. Man kann sich selber mal benchmarken, also sich selber mal einordnen als Unternehmen. Wo steht man? Man bekommt natürlich Verbesserungsvorschläge von uns, wenn wir natürlich vor Ort sind. Dann gibt es danach auch ein Feedback-Gespräch mit dem Unternehmen. Also wir kommen ein zweites Mal, wo die Unternehmen dann konkrete Verbesserungspotenziale aufgezeigt bekommen, wo sie sich nachher oben quasi verbessern können. Darüber hinaus ist natürlich das ganze Thema Mitarbeitermotivation ein großes Thema. Es ist eine Auszeichnung und wir bekommen gerade alle schweren gute Mitarbeiter oder überhaupt einen Mitarbeiter in der Logistik. Und da ist so eine Auszeichnung sicherlich sinnvoll. Und da kann man quasi das Image vom Unternehmen auch positiv beeinflussen. Was macht denn für Sie persönlich die Intralogistik so spannend? Was macht die Intralogistik spannend? Die Intralogistik macht spannend, dass sie im Prinzip unternehmensspezifisch ist. Das heißt, sie ist überall anders, aber sie unterliegt trotzdem überall den gleichen Grundprinzipien. Und wenn man diese Grundprinzipien verinnerlicht hat und die dann vor Ort auch sieht, dann kann man sie auch entsprechend gestalten und optimieren. Aber diese zwei in Kombination, unternehmensspezifisch, aber doch Grundprinzipien, denen das folgt, das macht es spannend, weil es ist überall anders. Man kann es aber gestalten. Welches war denn für Sie das skurrilste Erlebnis oder die skurrilste Entdeckung in einem Logistikzentrum? Also skurril war, wir hatten mal in einem Logistikzentrum einen Mitarbeiter, der sein Flurförderfahrzeug entsprechend optimiert hat, nennen wir es mal so, und entsprechende Gerätschaften dran geklebt hat, dran gebastelt hat, dass man das eigentliche Flurförderfahrzeug fast nicht mehr erkannt hat. Aber ihm hat es geholfen. Also es hat alles seinen Zweck erfüllt. Also er konnte gut damit arbeiten und somit war das auch okay. Er konnte gut damit arbeiten und hat sich darin wohl gefühlt mit dem Gerät. Alles klar. Herr Riestow, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.